it's cool time cold time ja wie man sieht schön gefroren heute ja wir sind pünktlich angekommen und ich lasse mal den eindruck des aufbaus auf euch wirken da hinten in der ecke sind wir da hätten wir jetzt auch nicht ein bisschen später kommen dürfen dann wäre der schöne platz weg gewesen aber wenn die motoren gleich alle laufen dann wird schon warm werden ja die strecke wird gerade aufgebaut ja da werde ich das eine und das andere filmen naja aus dem auto auch heraus und ja was ich eben so kann und dann sage ich mal viel spaß bei der dia show und dann bis zur endansage oder zwischendurch mal bis dann civa ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020